Hallo, mein Name ist Angelika Loderer, ich bin Bildhauerin und beschäftige mich mit dem Skulpturenbegriff. Wie bin ich zur Kunst gekommen? Na ja, schon irgendwo aufgewachsen mit dem Skulpturengedanken oder Skulpturenbegriff. Ich habe auf der angewandten Bildhauerei und Multimedia studiert, bin für mein Studium auch nach Wien gekommen, um dem nachzugehen, was mich interessiert. Und irgendwie bin ich da halt hängen geblieben.